Herzlich Willkommen Freunde zu einem neuen Video. Ihr bekommt heute meine Tipps für den fünften Spieltag. Das Video hatte ich aber am letzten Mal, als ich euch meine Tipps für alle vorgestellt habe. Das seht ihr hier an dieser Stelle, da bleibt das Video. Das hat euch ganz gut gefallen. Von daher, das Feedback war gut, gibt es das heute wieder. Alle meine Tipps natürlich auch schon exklusiv das erste Mal den Bayern gegen Bayer Leverkusen Tipp. Ich denke mal, alle haben es schon gelesen, in welche Richtung es bei meinem Tipp geben könnte. Den finalen Tipp gibt es natürlich dann aber hier im Stream. Dementsprechend solltet ihr da schon mal einstellen und es so machen, wie 38 andere Leute auch schon den Daumen nach oben da lassen. Und eine Benachrichtigung aktivieren, um am Samstag live ab 17 Uhr schon am Start zu sein. Das würde mich sehr freuen, wenn ich euch da alle sehe, Freunde. Von daher, wie gesagt, der Stream ist am Ende dann verlinkt. Da könnt ihr da drauf gehen und ansonsten einfach in der Beschreibung gucken, einfach auf meinem Kanal suchen. Da findet ihr alles. Bevor wir jetzt uns die Tipps einziehen, wollen wir einmal noch einen Blick auf die Tabelle werfen. Wir sehen, wir haben das Topspiel vom 1. gegen 2. in der FC Bayern bisher das einzige Team, was mit 12 Punkten dasteht. Nach 4 Spieltagen ergo 4 Spiele, 4 Siege, jeweils 3 Punkte, macht 12. Torverhältnis von 16 zu 3. Auch sehr, sehr stark zweimal zu 0 gespielt gegen Freiburg und dann jetzt auch zuletzt gegen Werder Bremen in der Bundesliga. Das ist natürlich sehr fair. Ansonsten haben wir Leverkusen auf Platz 2 mit 3 Siegen. Gleiches gilt für Freiburg und auch für die Frankfurter Eintracht. VfB Stuttgart hier unten, wir unten auch einen der Teams auf Platz 7. Generell hier Platz 5, RB Leipzig auch 8 Punkte und dann Dortmund und Stuttgart. Jeweils die Stuttgarter jetzt zuletzt im WB richtig abgeschossen am letzten Spieltag. Die Eindrachter, die jetzt einen sehr starken Start hatten, haben jetzt zweimal in Folge auch verloren. Da ist der Hype etwas weg. Und ansonsten glaube ich keine wirklich großen Überraschungen, gerade hier unten in der Tabelle. Ich glaube, dass Bochum, Kiel, Pauli hier unten stehen. Damit werden viele gerechnet haben. Und wir haben einige auch spannende, interessante Spiele an diesem Spieltag, würde ich behaupten. Und wir beginnen mal direkt mit Dortmund gegen Bochum. Achter gegen Sechzehntel. Und ich will nicht, ich möchte wirklich nicht, Freunde, der böse Dortmund-Hater sein. Aber das letzte Spiel vom BVB, das war gar nicht gut. Ich habe es nicht gesehen, aber, also ich habe es teilweise nur gesehen nebenbei. In einer Kneipe in Barcelona, als ich das Barca-Spiel doch gesehen habe. Aber gegen Stuttgart ist man halt völlig unter die Räder gekommen. Ich habe meinen Vater gefragt, war Dortmund so schlecht oder die Stuttgarter einfach so gut? Er meinte, ja, die Stuttgarter waren einfach crazy, crazy gut. Was ich teilweise dann in den Highlights gesehen habe, sah halt gar nicht gut aus. Gerade diese Szene von Emre Can. Ich habe auch vom Kollegen Pöhlers, die Begrüße gehen raus, an der Stelle gesehen, dass er auch halt wirklich überhaupt nicht zufrieden war mit der Leistung der Dortmunder. Dementsprechend möchte ich kurz sagen, es gibt die faktenbasierte Möglichkeit, dass das so ein richtig ekliges 2 zu 1 für den VfL Bochum werden könnte. Tippe ich aber nicht. Ich glaube eher, es könnte zwischendurch ein 1-1 stehen. Und dann macht der BVB noch seine zwei Tore spät, dass es dann auf ein 3 zu 1 hoch geht. Also ich glaube, das sollte der BVB auf jeden Fall gewinnen. Gegen eben die Bochumer, die aktuell auf Platz 16 stehen. Ein unentschieden. Drei Niederlagen. Nur, in Anführungszeichen, 3 zu 7 Torverhältnis bisher. Also das geht noch. Dortmund aber jetzt natürlich auch 7 zu 7. Letzte Woche dann, was waren es, 5 Dinge im Endeffekt vom VfB kassiert. Auf jeden Fall zu viele. Von daher ist das schon mal schwierig. An der Stelle könnt ihr gerne mal alle mittippen in den Kommentaren, was ihr so sagt, wie die einzelnen Spiele ausgehen werden. Ja, ein 5 zu 1 war es im Endeffekt auch gegen die Stuttgart. Das habe ich gerade nochmal gecheckt. Wie gesagt, schreibt das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Machen wir weiter mit dem ersten Spiel für Samstag 15.30 Uhr. RB Leipzig gegen den FC Augsburg. Augsburg bisher ein Sieg, ein Unentschieden. Zwei Niederlagen. RB Leipzig, zwei Unentschieden, zwei Siege. Unter anderem natürlich der Sieg gegen Bayern 0 für Leverkusen, dass sie diese ewig lange, ungeschlagene Serie in der Bundesliga gebrochen haben. Endlich gebrochen haben. Ich habe mich eigentlich, ich habe gehofft, ich habe so sehr gehofft, Freunde, dass es hierbei passieren wird. Da habt ihr es. Bei dem Bayern gegen Leverkusen Spiel. Leider ist es jetzt schon vorher passiert. Aber vielleicht auch das war ganz gut, um den Leverkusen ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen. Also, Leipzig gegen Augsburg. Auch das ist ein Pflichtsieg für RB Leipzig. Ich glaube, es wird nicht unbedingt was Schönes. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es hier so ein 4 zu 2 Spiel wird, sondern eher so ein RB Leipzig solide. Machen so nach 20 Minuten ihr erstes Tor. Haben relativ viel Druck. Also, üben viel Druck auf die Augsburger aus. Schießen im Endeffekt jetzt aber dann nicht das Zweite. Und dann gibt es irgendwann so Richtung 75. Minute. Könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass die Leipziger da noch auf ein zweites Tor erhöhen. Machen wir weiter mit Freiburg gegen Pauli. Das Ding könnte original so einer werden. Das könnte ein 0 zu 0 werden. Ich glaube, im Endeffekt. Und es sieht bisher, ja gut, das erste Spiel ist relativ torreich, aber bis dahin dann nicht. Das sieht mir nach einem schwierigen Spiel aus, was 1 zu 0 ausgehen könnte. Die Pauli hat nach vier Spielen sieben Gegentor kassiert. Es ist in Ordnung im Vergleich natürlich zu den Bochum an zehn. Holstein-Kiel dreht es natürlich auch sechs von den Bayern kassiert. Aber hier oben auch Leverkusen mit neun. Dortmund mit sieben jetzt vor diesem Spieltag. Das ist, das geht. Das ist jetzt nicht so super viel. Auch hier nochmal Elfe. Augsburg hat sich zwölf gefangen schon. Wo ist denn Werder? Werder, ah, vorher nur drei gehabt. Gegen Bayern fünf gefangen. Also ich glaube, es wird hier tatsächlich auf so ein relativ ereignisloses 1 zu 0 hinauslaufen, wo man die ganze Zeit sich in der Konferenz denkt, okay krass, welches Spiel läuft gerade noch? Welches Spiel läuft jetzt gerade noch in der Konferenz, wo man an alle anderen denkt? Und dann fällt einem auf, ah, guck mal, es ist Freiburg gegen St. Pauli. Habe ich gar nicht mitbekommen, das Spiel. Ich glaube, so wird es darauf hinauslaufen. Was, glaube ich, gar nicht langweilig, was richtig, richtig spannend werden kann, ist die Partie zwischen Wolfsburg und dem VfB Stuttgart. Und es ist ein bisschen, also das ist ein crazy Tipp. Ich weiß nicht, ob man damit Erfolg hat, sowas zu tippen. Aber ich glaube, ich habe es irgendwie im Gefühl, nachdem ich mir eben ein bisschen Gedanken gemacht habe und dieses Spiel angeschaut habe, ich glaube, das wird, wie beim FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart, das wird ein 3 zu 2 für den VfB. Also 3 zu 2 werden die Wolfsburger verlieren, so wie die Bayern am ersten Spieltag gewonnen haben. Ich glaube, das kann hier eine richtig, richtig coole Partie werden, wo ständig heißt Tor in Wolfsburg, wenn man sich die Konferenz samstagnachmittags anschaut. Und ich könnte mir auch vom ähnlichen Spielverlauf vorstellen, wie Bayern gegen Wolfsburg. 1 zu 0 für Stuttgart, dann zwei Tore von den Wolfsburgern und dann kommt der VfB nochmal zurück. Die haben sich jetzt warm geschossen gegen Borussia Dortmund, haben starke Spiele gegen Real Madrid unter der Woche. Vielleicht läuft es dann im Endeffekt sogar auf das 2 zu 4 hinaus. Ich belasse es erstmal beim 2 zu 3 für die Wolfsburger in Stuttgart. Dementsprechend würden die auf jeden Fall schon mal nach oben klettern. Dortmund, Stuttgart, Leipzig, Freiburg, also die würden hier die Favoriten quasi alle gewinnen. Machen wir weiter. Sehr, sehr enges Duell. Neunter gegen Zehnter, beziehungsweise vor dem Spieltag, wo ist die Tabelle hin, ist es das Gleiche immer noch. Ja, Neunter gegen Zehnter, Mainzer gegen die Heidenheimer rund um unseren Starboy Paul Wanner. Ich glaube, Heidenheim gewinnt das, aber ich glaube, es wird knapp. Ich glaube, Heidenheim gewinnt dieses Spiel mit 2 zu 1. Das wird so ein durchschnittliches Fußballspiel. Beide Teams haben mal ihre Chancen, dann wird es sicherlich auch mal 10, 15 Minuten geben, die recht ereignislos sind, recht langweilig. Aber das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das in dieser Partie so ausgehen wird, als fliegt hier irgendwas rum, dass die Heidenheimer das den Knapp gewinnen, hoffentlich wieder mit Torbeteiligung von Paul Wanner. Da würde ich mich recht drüber freuen, das wäre eine coole Sache. Ja, ich glaube, mehr gibt es im Spiel nicht zu sagen. Machen wir weiter mit München-Gladbach gegen Union Berlin. Und ich glaube, auch wenn Union, Tabelle Platz 5 steht aktuell, mit 2 Siegen, 2 Unentschieden, glaube ich, dass es hier eine Niederlage gibt. Und zwar irgendwie, das ist wirklich so ein Bauchgefühl-Tipp. Also bei einigen Tipps, die ich euch jetzt vorgestellt habe, habe ich ja was gesagt Richtung die letzten Spiele. Und die haben sich eingeschossen und die sind vielleicht gerade gut in Form. Aber das ist wirklich ein reines Bauchgefühl, dass Gladbach zu Hause 3 zu 1 gegen Union Berlin gewinnen wird. Ich glaube aber, den ich meine, in meinem peripheren Kopffeld irgendwo noch zu haben, dass bei Gladbach irgendwas gekracht hat unter der Woche. Wenn ja, schreibt das sehr, sehr gerne mal in die Kommentare, würde ich mich drüber freuen. Vielleicht vertue ich mich da gerade auch. Aber hier habe ich den 3 zu 1 Sieg für Borussia Mönchengladbach irgendwie da. Und dann haben wir 2, 3, 8, 11 und 15 Tore in der Nachmittagskonferenz. Das ist gar nicht schlecht für 5 Spiele. Also 3 Tore im Schnitt pro Spiel mit 1, 2, mit 2 richtigen Ausreißern nach oben. Das würde ich sagen, das ist auf jeden Fall eine Sache, die kann man sich dann angucken, dann geht das. Aber wie gesagt, da dieses Heidenheim, dieses Freiburg gegen Pauli Spiel, ich glaube, das wird ein ganz, ganz, ja, ein ganz, ganz zerknochen. Dann machen wir weiter mit dem absoluten Topspiel. FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Und da werde ich gar nicht viel reden. Wir werden Leverkusen abschießen. Lockeres 4 zu 1 für den FC Bayern. Leverkusen, ihre Siegesserie verloren gegen RB Leipzig in der Liga schon. Dann haben sie zweimal relativ spät in der Nachspielzeit wieder gewonnen. Der FC Bayern München überrollt gerade jeden Gegner, auch wenn die letzten drei Teams nur. Heidenheim, wenn die letzten drei Gegner, das waren Holstein, Kiel, das war eben die neue Sache, das war Werder Bremen. Trotzdem 20 Tore in drei Spielen gegen Bayer Leverkusen. Und das gebe ich euch hier schriftlich, Leute, wird es genau so weitergehen. Möglicherweise gibt es jetzt sogar noch ein fünftes obendrauf. Ich glaube aber, das ist vielleicht zu viel des Guten. 4-1 für den FC Bayern München. Die Leverkusener werden vielleicht nochmal relativ spät, wenn Bayern 3-0 führt, ein Tor schießen. Vielleicht, vielleicht falle ich hier auch gerade völlig, völlig irgendwie in den Busch damit mit meinem Tipp. Und das kracht hier komplett. Aber ich glaube, dass wir dieses Ding auf jeden Fall ohne größere Probleme gewinnen werden. Das wird ein geiles Spiel, Freunde. Wie gesagt, ich bin live ab 17 Uhr, also 90 Minuten vor Anpfiff, 18.30 Uhr ist Anpfiff. Ab 17 Uhr bin ich live als kleines Wiedergutmachen dafür, dass die letzten beiden Streams eben von der Qualität her schwächer waren. Und dass der eine Stream natürlich auch in der zweiten Halbzeit echt gar keinen Spaß mehr gemacht hat mit den Internetproblemen. Und dafür, dass letzte Woche wenig kam, bin ich deswegen da wieder früher am Start. Würde mich sehr, sehr freuen, Freunde, wenn ihr da einschaltet. Und dann haben wir noch zwei Spiele am Sonntag. Holstein Kiel gegen die Frankfurter Eintracht. Eintracht Frankfurt, wenn ich mich nicht irre, spielt heute am Donnerstagabend noch in der Euroleague. Genau, gegen Viktoria Pilsen. Das ist das Matchup für die Frankfurter. Das könnte man natürlich noch abwarten, um seinen Tipp hier festzulegen. Aber ich glaube, die Kieler, die haben einen ganz, ganz schweren Stand aktuell. Das ist sehr, sehr schwierig. Haben vom FC Bayern eine fette Packung bekommen. Haben auch ohne das ganze Ding hier schon, wo haben wir das, 13 Gegentore kassiert. Das ist einfach richtig, richtig krass. Und ich glaube, von den Frankfurtern, die gut drauf sind mit Omama Musch, Hugo E-Tiki-Tee, wie auch immer man seinen Namen aussprechen, mache ich, mache ich jedes Mal wieder falsch. Ja, die sind, glaube ich, heiß und die werden hier über Kiel, naja, drüberrollen. Vielleicht ein bisschen zu viel, aber die sollten Kiel relativ problemlos besiegen. Und dann haben wir noch ein letztes Spiel. Die Hoffenheimer gegen den SV Werder Bremen. Hoffenheim hat ja auch jetzt schon in der Euroleague gespielt. Die haben relativ spät noch den Ausgleich gemacht durch Max Mörstedt. Sehr, sehr cool. Sein erstes Profitor, Max Mörstedt, kennen wir als den Stammstürmer von der deutschen U17-Nationalmannschaft bei der vergangenen Weltmeisterschaft im letzten Winter. Daher habe ich mich sehr, also sehr gefreut, ist zu viel. Aber ich habe mich gefreut, als ich heute Morgen gesehen habe, beziehungsweise gestern Abend, dass der Mann noch das Tor zum Ausgleich geschossen hat. Und das war auch echt eine schicke, schicke Hütte. Dementsprechend Hoffenheim, ja, vielleicht etwas angeschlagen, weil sie halt eben aber dazu auch am Mittwoch schon, schon in Anführungszeichen, gespielt haben, dafür die Pause haben. Die Bremer die Woche über aktiv gewesen. War letzte Woche wirklich katastrophal. Katastrophal gegen den FC Bayern München. Null Torschuss, egal ob es vorne ein Dux war, ein Keketop, ein, ich weiß gar nicht, wer da noch eingewechselt wurde im zweiten Durchgang, beziehungsweise wer da mit Dux am Anfang gespielt hat. Auf jeden Fall war im Endeffekt offensiv wirklich keiner gut beim SV Werder Bremen. Ich glaube, das wird ein hartes Spiel, was die Bremen im Endeffekt mit einem klassischen 2 zu 1, vielleicht sogar so, wenn Hoffenheim gut in Form ist, aber ich glaube eher in einem relativ, ja, unglücklichen 2 zu 1 verlieren werden. Spannend, auf jeden Fall ein Auge auf Michael Zetterer werfen, auf den Keeper von Werder Bremen, denn der Mann ist auf einmal aus dem nächsten Kandidaten für die Nationalmannschaft geworden, jetzt nachdem sich Marc-André Testegen beim FC Barcelona ja auch verletzt hat mit einem, ich weiß nicht genau, was ist im Knie, aber das tut auf jeden Fall sehr, sehr weh, das ist an sich der stabilste Band im Knie, was sich Marc-André Testegen verletzt hat, wir können mal kurz gucken, Testegen, Verletzung, das, äh, 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 okay, ich finde es jetzt nicht direkt, Verletzung von Marc-André Testegen, ah, guck mal, vielleicht finden wir es doch, auf jeden Fall hat sich Testegen ja relativ schwer verletzt, von daher ist Michael Zetterer jetzt, ähm, auf einmal ein Kandidat wirklich für die Nationalmannschaft, das ist eine sehr, sehr spannende Sache, also von daher, Chat, äh, Chat, Freunde, schaut da mal drauf, äh, was ihr da meint, was bei diesem Spiel passieren könnte, schreibt mir sehr, sehr gerne eure Ergebnistipps in die Kommentare, ihr habt das nochmal alle eingeblendet, und, jetzt seht ihr es vielleicht schon irgendwo auf dem Bildschirm, checkt diesen Stream hier ab, Bayern gegen Bayer Leverkusen, ich will da jeden Einzelnen von euch im Stream sehen, Samstag ab 17 Uhr, das wird richtig, richtig fett, ich habe richtig Bock, Freunde, abonniert den Kanal, wenn ihr euch nicht verpasst, checkt gerne jetzt nochmal ein Video von gestern aus, mit allen News Richtung, das ist ein Mann vom Thumbnail Richtung Florian Wilz, würde mich sehr freuen, haut rein, ciao, ciao.